Hier haben wir so ein kleines Apartment, hier kann man schön sitzen, die Ablage, so ein bisschen kleinere Zimmer wie bei uns, aber auch einen schönen Schwamm gemacht, ganz toll. So, hier sind wir im Bad und jetzt muss man vorhin den Schlüssel reinstecken, dass es angeht, schöne Badewanne, Toilette, BD und eine ganz tolle Badewanne, super, film direkt am Spiegel, das ist auch ganz toll, dass man sich filmen kann, Passierabellat, Fernseh, macht alles ungebah, wo man selber Wasser kriegt, man hat eine Rezeption beim All-Inklusiv und kann es dann reinstellen. Matthias, wie ist dein erster Eindruck vom Modell? Mir gefällt das Zimmer und das Hotel sehr, sehr gut, wirklich traumhaft schön und ja, die Zimmer sind total schnuckelig, weil sie klein aufgeteilt sind mit Wohnbereich und Schlafbereich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.